Das ist Linus. Wir sind erst seit einer Woche zusammen. Aber ich bin schon seit sieben Monaten unsterblich in ihn verliebt. Ob seine Gefühle genauso stark sind wie meine? Ich fülle ihn mal auf den Zahn. Linus, jetzt mal im Ernst. Weißt du, was Liebe ist? Aha. Er hält die Frage für rhetorisch. Er glaubt, die Antwort sei einfach. Klar weiß ich das. Diese Rumänen, die bricht der Beweisführung das Genick. Ja, aber das Opfer hat den Zweifelsfall erkannt. Ja, es war auch verdammt mutig von der Frau, die Aussage nicht zurückzuziehen. Sind die Rumänen wieder über die Grenze? Mhm. Aber ihre Aussagen sind schwarz auf weiß verbürgt. Schließlich haben wir beide zusammen das Verhör gestemmt. Da kann man ja schlecht behaupten, die hätten nichts ausgesagt. Ist noch jemand hier außer dir? Machst du so Witze? Wer hängt denn freiwillig um neun Uhr an einem Freitagabend noch in der Dienststelle rum? Vielleicht ein paar frustrierte Singles oder Psychopathen? Kannst du mal bitte die Tür zumachen? Mit mir drinnen oder draußen? Der Pannendienst kommt in einer halben Stunde. Wenn das so weitergeht, kommen wir gerade noch rechtzeitig zum Ringetauschen. Dir wär's doch gerade recht, wenn wir noch die ganze Hochzeit verpassen würden. Warum bist du so giftig? Meinst du, ich weiß nicht, warum du die ganze Zeit diese Musik hörst und von Trinidad schwärmst, als wär's das Paradies auf Erden? Das war's für heute.